Hallo, wunderschönen guten Tag. Hier sehen Sie diese Kiste. Am 16.04. im Westwerk in Hamburg gibt es die Objektversteigerung von Audio-Lead. Als allererstes muss natürlich hier das Dial gesichert werden. Jetzt erstmal die Brille auf. Am 16.04. im Hamburger Westwerk auf der Audio-Lead-Label Nacht bei Operation Ton versteigert Audio-Lead. Also wir haben uns mal was Tolles ausgedacht. Wir brauchen noch ein bisschen Geld, damit wir die Künstler bezahlen können. Versteigern wir und potenzieren. Als allererstes möchte ich diese schöne Jacke von dem Album hier. Schöne modische Lederjacke. 666 Deluxe hier vom Album von der Tantrenate. Die versteigern wir. Vielen Dank schon mal. Dann haben wir hier zum Beispiel ein riesen Papat von Herrn Klickli Decker. Auch super. Super für eine Tapete, wenn sie gebraucht wird. Hier so Bob Dylan Mäßig von ihrer Atari Video-Dreh so ein paar Geschichten. Und dann so einzelne auszulönen. Ihr wisst schon Bescheid. Ich trage sie auch gerade. Eine Jacke von die Jureka Garlins. Hier ist die zweite. Direkt von da drüben her. Original. Also wirklich top Ding. Topmodisch hier. Kommt auch irgendwie, wo man was zu wechseln braucht. Hier noch eine schöne Tüte von Frittenbude. Weiß Gott, was da drin ist. Aber ich hoffe, es bringt verdammt viel Geld. Hier die Autolid-Mütze. Ein Original mit dem Hund drauf, der an die Ecke pisst. Gibt so eine davon. Natürlich hier auch sehr, sehr wichtig. Das Autolid-Telefon. Das erste Telefon, das Autolid jemals besessen hat. Also Torenrufe und so weiter. Alles dabei gewesen hier. Und hier noch ein paar Sachen. Dann auch eine Brille zum Durchblicken und so weiter. Und ganz viele weitere Sachen. Also eine Menge geiler Scheiß, die wir versteigern. 16.04. Hamburg-Westwerk. Ab 22 Uhr. Bringt euer Geld mit. Also wir brauchen ein bisschen Geld leider. Deshalb machen wir das ja. Natürlich auch muss das ein bisschen Spaß machen. Wir geben vielleicht ein paar Sachen auch umsonst. Vielleicht auch ein bisschen Musik von Captain Kappa, die am Start sind mit ihrem neuen Single Faraday. Der Tantrenate. Erstes Exklusiv-Konzept in Hamburg. Wir sind gespannt, was passiert. Ich hoffe, ihr kommt. Vielen Dank. Und du musst jetzt auf den roten Knopf drücken, damit es verarbeitet wird. Vielen Dank. Bis Samstag.